Hier seht ihr das Ditter. Das ist von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Haben wir hier schön zu Abendessen. Es gibt hier alles. Von Salat, Suppen, Hamburger Hocke, Fleisch, Käse. Und kostet 29 Uhr das Neuer. Es ist es aber auch wert. Wir haben fast jeden Abend hier gegessen. Frühstück war auch selber. Das hatten wir im Preis inklusiven. Hier geht man schön in Florida-Raum. Erst darauf geht man schön ein. Und man kann hier wunderbar draußen sitzen. Das ist halt genial, das draußen zu sitzen.